Wenn Sie Großfamilien anstrengend finden, dann sollten Sie unsere mal kennenlernen. Sieben Kinder, zwei gehören mir, drei meine Ex-Frau und eins der Ex-Frau. Bin wieder da! Clara! Kinder! Kann ich bitte die Mädchen sprechen? Was du willst, ist doch mit Bastian bei dir. Wo ist mein Sohn? Aber ich bin in London! Ich war im Senegal. Ich bin in einem Meeting. Denkt, was ihr wollt, aber ich will nicht dauernd unterwegs sein. Wo sind bloß die Kinder? Ab sofort werdet ihr die Eltern abwechselnd bei uns wohnen. Wir brauchen Vater und Mutter, jeden Abend und am Wochenende. Wie sagt Levi Strauss, die Familie ist die Keimzahl unserer Gesellschaft. Das geht doch nicht. Das ist das erste Mal, dass meine ganze Familie zusammen ist. Elliot, hilf deiner Mutter, jetzt mach schon! Sollten wir den Kindern nicht sagen, dass die Wohnung verkauft wird? Bis du einen Käufer gefunden hast, sind alle wieder zu Hause. Seit wann schläfst du, merkt? Jetzt hör mal, du kannst ja wieder gehen, wenn's dich stört. Gar nicht schlecht, oder? Ihr raucht mein ganzes Gras weg. Oh Mann, meine Mutter ist völlig bekifft. Jetzt reiß dich mal zusammen. Sie sind sich selbst zu überlassen unter Promiskuität. Bringt sie gerade den Müll runter? Ja. Unser Sohn fordert eine eigene Wohnung. Dabei sind wir noch nicht einmal getrennt. Baby. Guten Tag.